Okay, Luma Fade Transition, super easy mit der Möglichkeit den Input und die Richtung zu switchen. Aus deiner Effect Library unter den Transition suchst du dir erstmal einen Cross Dissolve und ziehst den hier drauf. Mit Rechtsklick auf die Transition konvertierst du es in einen Fusion Cross Dissolve, dann gehst du hier oben in Fusion rein. Den Dissolve, den wir hier in der Mitte haben, den können wir gleich mal mit Rechtsklick ungroupen, damit wir hier drin arbeiten können und wir holen uns noch einen Dissolve mit Shift Space. Jetzt möchten wir uns erstmal hier einen Hard Switch einfügen mit Rechtsklick, Edit Controls und dann haben wir hier einen Switch. Den möchten wir in den Controls haben, damit er auch hier drüben auftaucht und das soll eine Checkbox sein, damit wir hin und her schalten können. Jetzt möchten wir den Background Foreground per Expression an den Switch binden, jetzt siehst du, dass es immer hin und her springt. Das wird unser Switch, der auswählt, welchen Input wir als Gradient nehmen wollen. Also suchen wir uns mit Shift Space eine Bitmap Node aus, fügen die hier ein und stellen die im Channel auf Luminance. Damit haben wir jetzt einen Luminance Gradient, den wir halt hin und her switchen können und das können wir jetzt verbinden in den pinken Pfeil der Dissolve Node. Und hier können wir unter Operation von Dissolve auf Gradient Vibe umstellen. Das möchten wir uns jetzt noch als Makro speichern, aber bevor wir das tun, möchten wir dem Ganzen schon mal ein Easing mitgeben. Also gehe ich in unseren Original Dissolve 1 in den NM Curves Modifier, zu dem ich übrigens ein super krasses Tutorial gepostet habe. Oben kannst du es sehen. Und den möchten wir jetzt hier von Linear auf Easing stellen und denen schon mal ein leichtes Easing geben. Das kann man dann immer noch einstellen, wenn man es will. So, bevor wir jetzt alles markieren, möchten wir uns noch Router erstellen, damit wir klare Inputs haben. Das hier wird Router 1, das hier wird Router 2 mit Alt gedrückt. Auf solche Verbindungen kann man die sich erstellen. So, das Ganze möchten wir uns jetzt in ein Makro schreiben. Dazu markieren wir uns alles in Reihenfolge. Zuerst Media in 1, also den Router Input. Dann den Router Input von Media in 2. Und der Rest ist mir relativ egal. Alle anhacken. Mit Rechtsklick drauf. Makro, Create Makro. So, jetzt möchten wir uns in der Dissolve Node, möchten wir uns natürlich den Switch Input nehmen. Und in der Bitmap möchten wir uns den Gradient invertieren können. Und dann nehmen wir in dem AnimCurves Modifier, der ja bestimmt wie unsere Transition ge-eased wird, nehmen wir uns Curve, In, Out, Out und Lookup mit. Und das war's. Okay, Save as Group und das Ganze dahin speichern, wo du deine Transition hast. Also unter Fusion, Templates, Edit, Transitions und da rein speichern unter den Namen. Und wenn du dann in deiner Effect Library nach Luma suchst, dann findest du hier auch den Luma Fade. Und wenn du noch mehr Transitions haben willst als kostenloses Preset, guck dir das an. Und ansonsten, wenn du richtig tief eintauchen willst, dann schau dir den AnimCurves Modifier an, weil der ist die Basis von alledem hier. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.